Ich habe auf diesem Kanal schon einige Buchhaltungs- und Rechnungsprogramme vorgestellt. Und ich bekomme ganz häufig den Kommentar, ich möchte für meine Software nicht monatlich bezahlen. Ich will sie mir einmalig kaufen und dann soll es auch genug sein. Und deswegen habe ich mich auf die Suche begeben und mich mal umgeschaut. Bei welcher Software ist das eigentlich so möglich? Und das sind tatsächlich gar nicht mehr so viele Softwarelösungen, die man tatsächlich ernsthaft einfach auch kaufen kann, ohne monatliche Lizenzkosten zahlen zu müssen. Und eine Software habe ich gefunden, die ich ganz spannend finde. Und dir in diesem Video vorstellen möchte. Easyfirma kommt aus Österreich und damit liebe Grüße an die österreichischen Zuschauer auf diesem Kanal. Denn den Kommentar bekomme ich auch relativ häufig, dass ich mal was für den österreichischen Markt machen sollte. Aber die Software ist nicht nur für den österreichischen Markt, sondern du kannst auch in Deutschland damit zum Beispiel deine Rechnungen schreiben. Und jetzt ab 2025 auch deine E-Rechnungen schreiben, die E-Rechnung verarbeiten. Das heißt, wenn du eine E-Rechnung bekommst, die nicht lesen kannst, dann kannst du sie in Easyfirma importieren, entsprechend lesen und weiterverarbeiten. Und das Spannende bei Easyfirma ist, dass du diese Software einmalig kaufst. Du kannst sie herunterladen und dann auf deinem Computer installieren und dann lokal damit arbeiten. Das heißt, du hast keine monatlichen Kosten und du arbeitest auch nicht in der Cloud. Denn das ist ein Punkt, den auch viele Selbstständige ansprechen. Sie wollen gern ihre Buchhaltung und ihre Rechnungen lokal auf ihrem Rechner haben und nicht in der Cloud. Und ich möchte hier gar nicht über den Sinn und Unsinn von Cloud oder Rechner diskutieren, sondern wenn du das gerne machen möchtest, dann such dir halt eine entsprechende Software. Und da könnte Easyfirma die richtige Software sein. Ganz wichtiger Hinweis und Einschränkung an dieser Stelle. Die lokale Version, die gibt es nur für Windows. Das heißt, wenn du mit einem Apple-Gerät arbeitest, dann kannst du das nicht lokal installieren, aber du kannst Easyfirma tatsächlich trotzdem als Online-Version nutzen. Natürlich auch, wenn du einen Windows-Rechner hast. Weil die Cloud-Lösung, also die Online-Lösung, die bedienst du über den Browser und natürlich kannst du auch auf deinem Windows-Rechner einfach die Webseite aufrufen und dann da deine Rechnungen schreiben. Ein spannender Punkt und meiner Meinung nach auch ein großer Vorteil ist bei Easyfirma der Funktionsumfang. Du kannst wirklich viele Dinge in deiner Selbstständigkeit mit Easyfirma erledigen. Weit mehr als bei einem einfachen Rechnungsprogramm. Aber, und das ist ganz wichtig zu wissen, bevor du dich sofort reinstürzt und mit dieser Software anfängst zu arbeiten, es ist kein Buchhaltungsprogramm. Du kannst Ausgaben und Einnahmen schon vorkategorisieren. Du bekommst aber in der Form nicht die klassische Auswertung, so eine Einnahmenüberschussrechnung oder eine Bilanz. Dafür brauchst du immer eine Folgesoftware. Du kannst die Daten aus Easyfirma immer exportieren nach Excel und da zum Beispiel weiterarbeiten oder woanders wieder importieren und du kannst tatsächlich auch über eine Dativ-Schnittstelle die Daten von deinen Ausgaben und deinen Einnahmen auch an deinen Steuerberater geben, der dann daraus natürlich einen Jahresabschluss erstellen kann. Aber Easyfirma ist kein vollständiges Buchhaltungsprogramm, sondern in erster Linie ein Rechnungsprogramm oder, weil Rechnungsprogramm wird dem Ganzen nicht gerecht, eher eine Büroverwaltungssoftware für Selbstständige, also für kleine Selbstständige, zum Beispiel auch für Handwerksbetriebe oder Unternehmen, die Handel betreiben. Und mit dieser Einleitung wechseln wir einfach mal auf meinem Bildschirm und wir schauen uns Easyfirma gemeinsam an. Wir befinden uns hier im Dashboard von Easyfirma. Das heißt, wenn du Easyfirma heruntergeladen hast, auf deinem Windows-Rechner installiert hast, dann öffnet sich dieser Screen. Und zwar befinden wir uns hier gerade in der Standardversion und der Bildschirm ist ein bisschen zweigeteilt und zwar sehen wir auf der einen Seite die Funktion. Also was kann ich hiermit gerade machen? Ich kann zum Beispiel Angebote schreiben. Man sieht hier zum Beispiel, es gibt aktuell sieben Angebote, die ich verschickt habe und ich kann Rechnungen schreiben. Auch hier sieht man, ich habe aktuell 37 Rechnungen geschrieben. Ich kann meine Kunden verwalten, das heißt, ich kann alle meine Geschäftspartner hier einmalig anlegen und wenn ich da eine Rechnung schreibe, dann kann ich sie einfach per Dropdown auswählen und dann füllt er entsprechend die Informationen über meine Geschäftspartner, über meine Kunden in der Rechnung ein. Das gleiche kann ich bei den Produkten machen und ich kann mir natürlich Reports anschauen. Wie viel Umsatz habe ich gemacht? Übrigens, eine Kurzversion des Reports sehen wir hier auf der rechten Bildschirmseite. Und zwar sehen wir hier einmal eine Umsatzübersicht. Ich kann die jeweiligen Jahre anklicken, in denen es irgendwelche Geschäftsvorfälle, also irgendwelche Transaktionen gab. Ich kann mir erst die Angebote anschauen, ich kann mir die Rechnungen anschauen, ich kann zum Beispiel auch noch danach filtern, was jetzt offen ist bei den Rechnungen, was fällig ist, was schon bezahlt wurde, was vielleicht schoniert wurde und so weiter. Das heißt, ich bekomme hier relativ schnell eine Übersicht darüber, wie es jetzt um meine Selbstständigkeit bestellt ist. Das ist aber nur die Standardversion. Es gibt auch eine Premium-Version und eine Ultimate-Version. Und zwar mit der Premium-Version gibt es ein paar zusätzliche Funktionen. Und zwar, und das finde ich persönlich ganz spannend, ich kann meine Geschäftsbriefe hier darüber schreiben. Das heißt, ich habe hier sowieso Rechnungsvorlagen und ja quasi mein Briefpapier. Also kann ich auch meine Briefe hier darüber schreiben. Denn gerade wenn du mit Behörden zu tun hast, also mit der Gemeinde, mit der IHK, mit dem Finanzamt und so weiter, dann ist doch relativ häufig doch irgendwie ein Brief notwendig. Und du kannst hier über Easyfirma tatsächlich auch deine Geschäftsbriefe schreiben. Und zwar in der Premium-Version. Außerdem hast du die Möglichkeit, Auftragsbestätigungen zu erstellen. Du kannst Lieferscheine erstellen und auch Gutschriften. In der Ultimate-Version hast du noch ein paar zusätzliche Funktionen. Und zwar hast du dann in Easyfirma sowas wie ein Warenwirtschaftssystem. Das heißt, du hast hier auch noch Bestellungen drin und du kannst deinen Wareneingang, also wenn du Produkte einkaufst, kannst du hier den Wareneingang erfassen. Du hast eine Übersicht über offene Aufträge. Du hast noch eine ganze Reihe an weiteren Auswertungen, und zwar Einnahmen, Ausgaben, Auswertungen. Du kannst Verträge ablegen und Mahnungen verschicken. Das heißt, mit der Ultimate-Funktion hast du wirklich eine umfangreiche Büromanagement-Software. Neben den ganzen Funktionen rund um Rechnungsstellung, Angebote schreiben, Lieferscheine, Warenwirtschaftssystem und so weiter, kannst du zum Beispiel auch mit Easyfirma deine Zeiten erfassen. Das ist aber nicht zwingend alles. Also es gibt noch Zusatzmodule, die du extra buchen kannst. Ich verlinke dir diese ganzen Module und Pakete mal unten in der Videobeschreibung. Schau dir das gerne mal in Ruhe an. Dann kannst du auch überlegen, welche Funktionen sind für dich eigentlich entscheidend. Ich zeige hier jetzt natürlich nur einen kleinen Ausschnitt. Es gibt zum Beispiel das Zusatzmodul Plus, und im Zusatzmodul Plus hast du dann zum Beispiel mehrere Rechnungskreise. Das heißt, du hast dann beispielsweise drei Rechnungskreise. Wenn du drei unterschiedliche Produkte oder Dienstleistungen anbietest, dann kannst du die unabhängig voneinander führen. Dann, wenn du ein bargeldintensives Geschäft hast, dann hast du unter Umständen eine Registrierkasse, und auch dafür gibt es ein entsprechendes Modul, dass du hier tatsächlich auch Bargeldgeschäfte verarbeiten kannst. Außerdem gibt es in Deutschland eine kommende E-Rechnungspflicht. Ab dem Jahr 2027 bzw. 2028 musst du E-Rechnungen ausstellen. Und da gibt es aktuell ein Zusatzmodul E-Rechnung. Und ganz, ganz neu, du hast eine DATEV-Schnittstelle. Das heißt, wenn du in deiner Selbstständigkeit mit einem Steuerberater zusammenarbeitest, dann ist das Datenformat, was dein Steuerberater von dir benötigt, in den allermeisten Fällen das sogenannte DATEV-Format. DATEV ist der Marktführer für Kanzlei-Software. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass wenn du einen Steuerberater hast, dass der idealerweise deine Buchhaltungsdaten im DATEV-Format haben möchte. Und du bekommst deine Daten auch im DATEV-Format raus, dass du sie dann an den Steuerberater geben kannst und der dann zum Beispiel den Jahresabschluss und die Steuererklärung für dich erledigen kann. Und um uns die Software mal in Action anzuschauen, schreiben wir einfach mal gemeinsam eine Rechnung. Und dafür gehen wir einmal in der Kachel Rechnungen auf Neue Rechnung. Was sich dann öffnet, ist das Interface, mit dem wir Rechnungen schreiben können. Und zwar sehen wir hier auf der rechten Seite den aktuellen Stand der Rechnung. Das heißt, man sieht hier mein Logo, meine Adresse und so weiter. Und ich kann jetzt hier auf der linken Seite den Kunden auswählen, das Produkt auswählen. Ich kann die Texte ändern und ich kann auch entscheiden, ob ich das Ganze jetzt als E-Rechnung verschicken möchte. Und ich kann jetzt hier diese einzelnen Felder alle ausfüllen. Das heißt, wie heißt denn die Firma, die Abteilung, Anrede, Titel und so weiter. Oder ich habe hier unten einfach schon eine Firma angelegt und kann die dann einfach per Doppelklick auswählen. Und dann ergänzt er die Informationen, die er über diesen Kunden hat, also die da abgespeichert sind, in deiner jeweiligen Rechnung. Und dann gehen wir im nächsten Schritt auf Produkt und können hier beschreiben, worüber schreiben wir hier eigentlich die Rechnung. Und jetzt sehen wir, dass ich an die Firma Easy Firma einmal Social Media Beratung für einen Monat abrechne. Da das aber ein Unternehmen aus Österreich ist, muss ich einmal den Umsatzsteuersatz ändern auf 0% und einmal speichern. Das heißt, er ändert das Ganze auf 0%. Jetzt muss ich allerdings noch einen Hinweis auf diese Rechnung schreiben, weil es jetzt eine Reverse Charge Leistung ist. Und kann hier jetzt noch einmal dazu schreiben, kein Umsatzsteuerausweis auf Grundreverse Charge Verfahren. Und sage hier auch einmal speichern. Und wenn ich meine Rechnung fertig geschrieben habe, dann kann ich sie hier auf der rechten Seite oben einfach als PDF exportieren oder als E-Rechnung exportieren und an den Kunden versenden. Und nach diesem kleinen Einblick in die Software kommen wir zu einer ganz zentralen Frage. Und zwar, wie teuer ist denn Easy Firma eigentlich? Und wie ich schon erwähnt habe, gibt es drei Pakete. Die sehen wir einfach einmal hier. Und zwar Easy Firma 3 Standard. Easy 3 Firma Standard kostet einmalig 195 Euro. Easy Firma Premium kostet 295 Euro. Und Easy Firma Ultimate, also mit den meisten Funktionen, kostet Easy Firma 395 Euro. Alles einmalig ohne Abo. Du kaufst die Software, du kannst sie herunterladen und dann arbeitest du so lange, wie du möchtest mit dieser Software. Ob das Ganze jetzt günstiger ist als andere Rechnungsprogramme, ist halt abhängig davon, womit du es vergleichst und wie lange du Easy Firma nutzt. Natürlich ist ein Abo im ersten Monat günstiger. Dieses Abo zahlst du denn aber jeden Monat. Und wenn ich Easy Firma vergleiche mit einem Cloud-Rechnungsprogramm oder Buchhaltungsprogramm, was beispielsweise 25 Euro im Monat kostet, dann habe ich nach 12 Monaten 300 Euro bezahlt. Bei Easy Firma habe ich, wenn ich Easy Firma Premium wähle, auch 300 Euro gezahlt. Aber Easy Firma gehört mir dann. Ich kann diese Software so lange benutzen wie möglich. Und ab dem 13. Monat wäre denn das Abo für 25 Euro im Monat entsprechend teurer. Es ist einfach ein anderes Konzept. Aber ich weiß, dass sich einige von euch dieses Konzept wünschen. Was ich hier aber nicht unter den Tisch fallen lassen möchte, ist tatsächlich diese Zusatzmodule. Das bedeutet, dass einige Funktionen nicht in den Standardpaketen enthalten sind. Und dann musst du diese Zusatzmodule tatsächlich extra kaufen. Zum Beispiel das Zusatzmodul Plus, wo du zum Beispiel die Anlagenbuchhaltung drin hast oder halt die weiteren Rechnungskreise, das kostet noch einmal 150 Euro. Und auch das Zusatzmodul E-Rechnung kostet einmalig 150 Euro. Das bedeutet, wenn du diese Funktion brauchst, dann musst du dir diese Module extra kaufen. Und das ist dann halt mit Mehrkosten verbunden. Aber auch hier nicht mit einem Abo. Und ansonsten siehst du hier alle Funktionen einmal in so einer Vergleichsmatrix miteinander verglichen. Und ansonsten habe ich dir diese Seite auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schau da gerne einmal vorbei. Ich kann jetzt nicht auf alle einzelnen Funktionen eingehen, weil Easyfirma einfach wahnsinnig umfangreich ist. Und damit kommen wir zu den Vorteilen, den Nachteilen und auch so ein bisschen meinem Fazit. Ein großer Vorteil sind die einmaligen Kosten. Das bedeutet, hier kaufst du wirklich die Software und zahlst nicht monatlich wiederkehrend für die Software. Und das führt dann doch relativ schnell dazu, dass Easyfirma günstiger ist als andere Angebote. Ein weiterer Punkt, den einige von euch als Vorteil ansehen werden, ist die Möglichkeit, diese Software lokal zu installieren. Das heißt, du machst deine Buchhaltung und schreibst deine Rechnungen nicht mehr in der Cloud und musst dich dann entsprechend dem Cloud-Anbieter nicht mehr hingeben, sondern du hast die Software vor Ort. Du kannst theoretisch sogar das Internetkabel oder das WLAN kappen und kannst trotzdem deine Rechnungen schreiben und bist dann selbst verantwortlich für deinen Datenschutz. Und das weiß ich, ist einigen von euch wichtig. Und deswegen ist das an der Stelle definitiv ein Vorteil. Was für mich persönlich ein riesengroßer Vorteil ist, ist der Funktionsumfang. Du hast eher eine Software, mit der du Rechnungen schreiben kannst und Angebote schreiben kannst. Du hast aber auch ein vollständiges Warenwirtschaftssystem und ein Zeiterfassungssystem und so weiter. Das heißt, Easyfirma ist nicht nur ein Rechnungsprogramm, sondern eine komplette Verwaltungssoftware für deine Selbstständigkeit. Und dieser umfangreiche Funktionsumfang für diesen Preis ist echt ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Das ist eine Kombination, die finde ich persönlich tatsächlich sehr beeindruckend. Und damit kommen wir zu den Punkten, die mir an Easyfirma nicht so richtig gefallen. Und das ist in erster Linie das User-Interface. Ich finde die Software beeindruckend, gerade was die Funktionalität betrifft. Und ich finde das Konzept, auch heute einfach noch eine Software zu verkaufen, klasse. Aber sie wirkt schon optisch gesehen sehr, sehr angestaubt. Und ich kann mir vorstellen, dass die Ästheten unter euch, die UX-Fanatiker, mit dieser Software nicht so richtig glücklich werden. Ja, wir reden hier immer noch über Buchhaltung. Da geht es im Zweifel nicht um Ästhetik. Aber die Arbeit soll ja auch Spaß machen. Und da kann ich mir vorstellen, dass einige von euch und auch ich ehrlicherweise sich wünschen würden, dass Easyfirma in der nächsten Version ein Makeover bekommt. Und ein zweiter Punkt, der mich so ein bisschen stört, sind die Ladezeiten. Das heißt, wenn ich im Menü hin und her wechsle, wenn ich mir ein Report anschauen möchte, dann lädt die Software relativ lang. Das liegt natürlich zum Teil auch an meinem Rechner, aber auch an den Rechnern, die eigentlich relativ schnell sind, ist Easyfirma im Vergleich zu anderen Buchhaltungsprogrammen tendenziell eher langsamer im Seitenaufbau. Das muss jetzt kein Riesenthema sein, aber wenn deine Buchhaltung ein bisschen umfangreicher ist und du einfach häufiger hin und her wechseln musst, dann kann das Ganze schon ziemlich nervig sein und so ein bisschen im Arbeitsflow stören, wenn es jedes Mal ein, zwei Sekunden länger dauert, bis sich eine Seite aufgebaut hat. Und ein dritter Punkt, den ich kritisieren möchte, obwohl ich mir bewusst bin, dass es eigentlich nicht fair ist, das zu kritisieren, ist, ich würde mir Auswertungen wünschen. Und zwar mehr Auswertungen. Keiner von uns macht Buchhaltung aus Spaß. Klar, wir schreiben unsere Rechnungen, wir haben unsere Einnahmen und so weiter. Wir brauchen am Jahresende aber gesetzlich vorgeschriebene Formate. Zum Beispiel eine Anlage EUR. Wir brauchen zum Beispiel eine Zusammenfassungsmeldung, eine Umsatzsteuervoranmeldung und so weiter. Ein paar Auswertungen, davon gibt es da auch. Aber eben nicht alle und auch nicht alle in dem gesetzlich vorgeschriebenen Format. Und ich würde mir zumindest wünschen, dass diese Standardauswertungen in Easyfirma vorhanden sind. Das kann ich die Easyfirma grundsätzlich gar nicht vorwerfen, weil Easyfirma nie behauptet, tatsächlich ein vollständiges Buchhaltungsprogramm zu sein. Sie sagen von sich selbst, sie sind ein Rechnungsprogramm. Aber ich würde mir zumindest wünschen, und das trifft es vielleicht auch besser, das ist keine Kritik, es ist aber ein Wunsch für die Zukunft, dass sich Easyfirma ein bisschen mehr mit diesen Auswertungen beschäftigt, die jedes Unternehmen in Deutschland einmal im Jahr benötigt. Und wenn diese Auswertungen aus der Software direkt fertig herauskommen würden, dann wäre das ein riesengroßer Vorteil. Man wird auch hier nicht alleine gelassen. Man kann sämtliche Buchungen exportieren. Zum Beispiel zu Excel. Man kann die dann so sortieren, wie man sie braucht. Man kann sie dann easy einfach bei Elster Online eintragen oder halt über die DATEV-Schnittstelle direkt an seinen Steuerberater übertragen. Das heißt, man kann damit schon arbeiten. Aber ich würde mir wünschen, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Formate, wie zum Beispiel die Anlage EUR, einfach standardisiert als Vorlage, als Report da drin sind, dass ich sie einfach exportieren kann und bei Elster importieren kann. Im Augenblick müsste man da in Excel oder in DATEV so ein paar Formatierungen vornehmen, damit man das Ganze dann eintragen kann. Und diesen Arbeitsschritt, den würde ich mir gerne in Zukunft sparen. Und damit kommen wir zum Fazit. Easyfirma ist meiner Meinung nach eine grundsolide Rechnungssoftware. Rechnungssoftware. Deutlich mehr als das. Es ist mehr eine Verwaltungssoftware für kleine Unternehmen und für Selbstständige. Und wenn du eine Software brauchst, mit der du einfach deine Rechnung schreiben musst, ein paar Auswertungen brauchst, deine Briefe irgendwie an einem Ohr sammeln möchtest, deine Waren managen möchtest, deine Zeiten erfassen möchtest, dann kannst du das Ganze bedenkenlos mit Easyfirma machen. Wenn du jetzt auf der Suche bist nach dem innovativsten, modernsten, designgetriebensten Buchhaltungssoftware, dann wirst du wahrscheinlich nicht bei Easyfirma landen. Aber wenn du einfach eine Software brauchst, die du einmalig kaufen kannst und die dann einfach ihren Job erledigst, dann kannst du mit Easyfirma eigentlich nichts falsch machen. Und auch die Bewertungen im Internet, vor allem auf Google und Amazon, sagen genau das Gleiche. Diese Software macht einfach solide das, was sie tun soll. Und ganz ehrlich, wir reden hier über Buchhaltung. Das ist doch genau das, was wir von einer Buchhaltungssoftware haben möchten. Wenn du dazu noch Fragen hast, also zu Easyfirma oder zu Buchhaltung oder was auch immer, dann schreib mir gerne einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du dir jetzt denkst, das ist eigentlich die Software, die ich brauche, ich brauche nicht irgendwie abgefahrene Funktionen, ich brauche einfach eine grundsolide Software, dann klick einfach mal auf den ersten Link unten in der Videobeschreibung und schau dir die Software ein bisschen näher an. Oder klick einfach hier. Und jetzt könntest du zum Beispiel als nächsten Schritt Videos auf dem Kanal von Easyfirma anschauen, um die Software ein bisschen näher kennenzulernen. Zum Beispiel das hier oder das hier. Das hier oder das hier. U.S. au